Hummel, Hummel! Hummel, Hummel! Opa Erich wohnt im Altersheim, heute ich ihn besuche. Er hat nur noch ein Bein und dann essen wir gemeinsam Kuchen. Erich ist sehr korpulent, doch was muss ich da sehen? Der Kreis ist nicht impotent, es lacht und hat ein Stehen. Kurz vor dem Totenschein gibt's den Rudelfick im Altersheim. Mein Opa kriegt hinten ein Rhein, beim Rudelfick im Altersheim. Ich bin total perplex, hier toben die Senioren. Erwungsloser Gruppensex, sie hat den Anstand verloren. Diese lile Helde hat viel zu tun, sie fickt das Ganze ein. Beim Blasen ist der Interfun, auf der Scheide tropft der Schleim. Kurz vor dem Totenschein gibt's den Rudelfick im Altersheim. Mein Opa kriegt hinten ein Rhein, beim Rudelfick im Altersheim. Komm, wir schieben noch die Nummer, sagt die Helder ziemlich barsch. Mein alte Böse hat Hunger, den Dildo hab ich schon im Arsch. Der Ehrich rammelt so geschwind und bleibt den Händen stecken. Vor Schreck lässt er den letzten Wind und tut am Schlag verrecken. Kurz vor dem Totenschein gibt's den Rudelfick im Altersheim. Mein Opa kriegt hinten ein Rhein, beim Rudelfick im Altersheim. Kurz vor dem Totenschein gibt's den Rudelfick im Altersheim. Mein Opa kriegt hinten ein Rhein, beim Rudelfick im Altersheim.